Meine Damen und Herren, das Ziel der Bekämpfung des Extremismus ist dringend und zwingend. Sie dient dem Schutz unseres Staates, der freiheitlichen Gesellschaft und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das Ziel der Bekämpfung muss aber auch sein, die Personen zu schützen, und zwar in besonderer Maße zu schützen, die sich in besonderer Weise für unser Gemeinwesen einsetzen und deshalb täglich Gefahren durch Angriffe von Kriminellen, psychisch Auffälligen und Extremisten ausgesetzt sind. Beispielhaft vor allem hier zunächst die Ehrenamtlichen, die ehrenamtlichen Richter, die Schöffen, die Kommunalpolitiker, denen ich von hier aus Dank ausspreche und sie ermutige, weiterzumachen, auch wenn sie ehrenamtlich tätig sind. Aber auch die hauptamtlich Tätigen, Richter, Staatsanwälte, Soldaten, Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, müssen geschützt werden. Deshalb unser Gesetzentwurf, der den Gesetzentwurf der Bundesregierung in sinnvoller Art und Weise ergänzt und ausweitet. Denn das, was Bundesregierung und FDP aufgeschrieben haben, geht nicht weit genug. Sie vergessen die Richter, sie vergessen die Soldaten, sie vergessen den öffentlichen Dienst und sie vergessen vor allem auch die Angehörigen, über die ja über die Bande herausgefunden werden kann, wo wer wohnt. Unser Gesetzentwurf, meine Damen und Herren, soll diesen betroffenen Personenkreisen zusätzlich ermöglichen, vereinfacht Schutz durch Melderegister und Auskunftssperren zu erhalten. Zugegeben, Herr Lange, unser Gesetzentwurf ist auch keine Wunderwaffe. Ich war schon etwas erstaunt, dass Sie die Begriffe Wunderwaffe hier vorne erwähnen. Aber unser Gesetzentwurf ist ein wichtiges Mosaiksteinchen im Bereich der inneren Sicherheit. Das sind wir, meine Damen und Herren, ich denke mal, das sollte uns alle hier im Deutschen Bundestag einigen, einen. Das sind wir den Personen, die täglich auch ehrenamtlich Leib und Leben und Leib und Lehren, Leben ihrer Familien auf Spiel setzen, schuldig. Deshalb bitte ich Sie herzlich, unseren Gesetzentwurf und dem Antrag zur Änderung der Bundeswahlordnung, der noch eine weitere Lücke füllt, nämlich die, dass man als Bewerber für Mandate seine Adresse offenlegen muss, vereinfacht. Ich bitte Sie um Zustimmung. Ich denke mal, das dürfte im Sinne aller Bürger unseres Landes sein. Vielen Dank. Vielen Dank.